Schaut Hamster und Gretel im Disney Channel. Als er 1935 nach London kam... Dann ist er gestorben. Das war's. Darf ich mal auf die Toilette gehen? Ist mir egal. Was ist hier los? Es ist der Bart, Kevin! Er kontrolliert Menschen und tanzt da offensichtlich auf! Ich bin ein Van Dijk, also ein Schnurrbart und ein Spitzbart zusammen. Es ist... Entschuldige, Hamster! Heilbart und Schnurrbart, Boxer! Er heißt... Ja, du hast es geschafft! Ha! Du hast mich wohl unterschätzt? Sag auf Wiedersehen zu deinem kleinen Freund! Nein! Hey, ich hab Gesichtsbehaar! Wenn du oder dein Nager irgendwas Dummes macht, ist dein Bruder Hackfleisch! Okay, Boomer. Hier sagt heute niemand mehr Hackfleisch. Nein! Nein! Oh, das tut weh! Es fühlt sich an, als würde jede Faser meines Bartes drehen! Kevin, du hast mich gerettet! Danke dir, danke dir, danke dir! Ich glaub, wir wissen, wer hier der Retter war. Danke, Fred. Fred? Woher wusstest du, dass wir Probleme haben? Ich hab das Video gesehen. Er hat mich nicht zum letzten Mal gesehen! Bitte setzt mich wieder zusammen! Bitte sammelt mich auf! Von jetzt an werde ich auf deine Vorahnung vertrauen, Gretel. Tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt hab. Naja, da war der Pavillon und die Autos und der Briefkasten. Hör auf, in der Vergangenheit zu leben! Und dein Laptop! Was? Mein Laptop? Was? 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 Was?